Herzlich willkommen zur Sounddesign-Rubrik der Soundrecording und dieses Mal beschäftigen wir uns mit einem Klassiker des Videospielsounds und zwar dem Hüpfgeräusch von Super Mario. Hat garantiert jeder schon mal gehört, der auch nur ansatzweise was mit Videospielen anfangen kann und dieser Sound ist ursprünglich auf dem NES entstandenen und das NES hatte einen relativ limitierten Soundchip. Der konnte zwei Rechteckswellenformen, eine Dreieckswellenform rauschen sowie in seltenen Fällen digitale Samples wiedergeben. Diese wurden allerdings fast nie eingesetzt, da sie zu viel Speicherplatz verbrauchten und aufgrund dieser relativ limitierten Möglichkeiten kann man vielleicht auch schon ganz gut darauf zurückschließen, was hier für Wellenformen eingesetzt wurden. Machen wir es uns direkt ein bisschen leichter und schauen uns auch die Wellenform mal an dabei. Ich zoome mal hier an den Anfang und hier sieht man, da ist eine eindeutige Rechteckscharakteristik drin. Man sieht hier oben zwar, das hat hier wie so eine Art Sägezahneinschlag noch, aber hier kann man jetzt mutmaßen, ist das vielleicht so, wie die Rechteckswellenform des NES aussieht. Und wir gehen jetzt einfach mal von der Rechteckswelle aus, erkennen, wir haben hier eine Pulsweite von 50-50, aber wenn wir hier hinten mal weiter schauen, dann mal rüber scrollen, dann sieht man, die ändert sich im Laufe des Sounds hier auf 75-25 und wenn ich jetzt mal raus zoome, dann sieht man die 50-50, das ist nur dieser Anfangsteil hier und über den restlichen Teil, da bleiben wir überall bei 25-75. Um das alles etwas einfacher nachzubauen, habe ich den Sound auch mal auseinander geschnitten. Ich mute mal hier den zweiten Teil und wir haben jetzt eben nur diesen Anfang hier und den habe ich mir im Retrolog nachgebaut. Klingt bei mir so. Relativ ähnlich und hier ist eigentlich auch gar nichts Spektakuläres passiert. Ich habe lediglich die Rechteckswelle ausgewählt, die der des NES anscheinend relativ nahe klingt. Ich habe die Phasenlage so eingestellt, dass sie jedes Mal beim Neuantriggern wieder bei 0 startet. Und das war eigentlich auch schon alles. Hüllkurve habe ich deaktiviert, also der Sound fängt sofort an, hört auch sofort wieder auf. Der zweite Teil ist allerdings der ungleich schwierigere Teil. Machen wir das mal genau andersrum. Wir muten hier den Anfang des Sounds und hören uns mal den zweiten Part an. Hier kann man also ganz gut hören, dass sich dieser Grundsound geändert hat. Man hört diesen Pitch-Effekt, der leicht stufig ist. Das sieht man auch hier in der Wellenform. Und ich habe versucht, das so zu lösen, dass ich verschiedene Noten-Events passend hier oben zu diesen Stufen eingezeichnet habe, weil wenn ich das Ganze mit einem Pitch-Band realisiert habe, dann war mir das Ganze zu glatt. Dann hörte man halt diese leichte, kratzige Stufigkeit nicht mehr heraus. Die Tonhöhen habe ich grob nach Gehör eingestellt. Sie entsprechen nicht ganz dem Original. Aber hier ist auch die Frage, wurden vom Komponisten Koji Kondo auch tatsächlich komplette richtige Noten verwendet oder bestimmte Frequenzen einfacher eingestellt, so wie es ihm passte. Meine Variante klingt so. Und auch hier habe ich wieder den Retro-Log genommen. Ebenfalls einfach nur eine Rechteckswelle. Ich habe jetzt hier die Pulsweite entsprechend auf 25% eingestellt und ansonsten noch dafür gesorgt, dass die Wellenform ebenfalls wieder in der Zeit bei 0 Grad startet. Gleit aktiviert und eine Gleitteilung von ungefähr 17 Millisekunden, so dass die Noten also ineinander übergleiten. Dazu noch hier Legato eingeschaltet und dann gibt es eben diesen Gleiteffekt. Dann hier unten drunter noch eine Lautstärke-Automation eingezeichnet, wodurch der Sound dann gegen Ende ausfadet. Und wenn man jetzt einfach mal beide Sounds miteinander kombiniert, ich mute hier oben nochmal das Original, dann landen wir hierbei. Zum Vergleich das Original. Den Anfang müssen wir natürlich noch einschalten. Und nochmal zurück. Und wieder das Original. Es geht also schon stark in die Richtung. Hier hinten bei diesen verschiedenen Noten, beziehungsweise bei diesem Pitch-Effekt, da ist es wirklich schwierig, dem Original ganz nahe zu kommen. Aber ich denke, man hat hier eine recht gute Basis, um sich dem Ganzen noch weiter anzunähern. Viel Spaß beim Ausprobieren! Was bedeutet das Original. Bis zumal! Bis zumal! Vielen Dank.